Ich bin Thomas Rüvernacht. Ich spiele jetzt schon die vierte Saison hier bei Bayern. Ich versuche einer der Aggressivleaders zu sein. Ich bin gar nicht der Techniker. Ich finde auch im Hockey, es braucht viel mehr Energie und Kampf. Das ist unser Böckchen. Du versuchst diese Mentalität einzustellen, dass du ihn schlägst und einfach hart im Ecken, hart und fair. Das gehört sicher in meinem Spiel und sollte auch im Hockey immer bleiben. Ich bin wirklich angefressen vom Hockey. Es ist Tag und Nacht. Meine Frau hat manchmal die Schnauze voll von wie viel ich über Hockey rede und wie viel ich schaue. Ein Meter dort zu stehen oder dort zu stehen macht einen riesigen Unterscheid und einfach immer etwas überlegen. Das braucht viel Zeit, viel Aufwand. Es ist nicht immer einfach die zwei Stunden, die Leute uns zuschauen können in den Match. Es gibt viel mehr Sachen hinten dran.